Servus, ja was geht der Video, mein Name ist Kevin, zu den Filmen, und heute ist meine weitere Video von VARO 4 News Tag Nummer 11 Und zwar ist heute wieder nicht so viel Spannendes passiert, aber alles was passiert ist, werdet ihr jetzt erfahren Und zwar kommen wir zu Dena und Tubination, denn die beiden sind gerade am Farmen Dena befindet sich ja gerade in Italien und hat damit seine VARO Episode mit dem Laptop aufgenommen Dena hatte einige Internetprobleme, das hat man vor allem in der Folge von Tubination extrem heftig gemerkt Aber sonst ist eigentlich nicht so viel passiert, nun kommen wir zu Faison HD, denn Faison HD hatte eigentlich versucht Ari zu snipen Aber da Ari schon auf einer anderen Location war, war der Snipe also nicht erfolgreich Und Faison hatte gedacht, er würde sie irgendwie finden, aber im Endeffekt war nichts Nun kommen wir zu Hauptnormen Benny, denn die beiden sind gerade am Farmen Und im Endeffekt machen die beide eine neue Falle, die wieder Leute in OneHit einfach töten soll Nun kommen wir zu Vice, Vice und Buzz, sie zockt in die beiden Farmen momentan auf Und die beiden sind endlich wohl dir Banks und Fulf haben am Anfang ihrer Episode Äpfel gehen daraufhin zu Ende deren Episode ins Never Und vom Thumb-Mail von Dr. Banks kann man absehen, dass sie Minus-Hut und Logo snipen wollen Und diesen Kampf könnten wir sehr, sehr gut vorstellen, weil sie da ist einfach Füll und Banks, die einfach wegrasieren würden Nun kommen wir zu Enyard, denn Enyard ist am Anfang erstmal seine Oberfläche Dann baut er sich zur Base von Unface-Bahn, dort ist ein Minenschach gewesen und dort befindet er sich gerade So kommen wir jetzt zum letzten Team für heute und das in Revy und Moe Denn die sind auch momentan in einer Mine am Farmen und Revy hat insgesamt ein Power, ein Power-3-Bogen So, das war's mit den News von heute und Jahr, Leute Vielleicht könnt ihr mir einen Gefallen tun auf meiner Minecraft Winter Episode 1 Folge vorbeischauen Und das war eigentlich eine sehr, sehr coole Folge, ist ein Minecraft Projekt, wo ihr selber mitmachen könnt Also wenn ihr Interesse habt, schaut vorbei Weil irgendwie, ich hab auch irgendwie 100 D-Abos heute gemacht Irgendwie, wir haben gedacht, weil ich meinen Namen geändert habe, dass ich jetzt mit VARO-News aufhöre Nein Leute, so ist es nicht, ich hab meinen Namen nur geändert, weil ich ein paar Sachen nicht mehr einverstanden war Mit meinem YouTube-Kanal, deswegen will ich etwas verändern Deswegen, es kommt auch Samstag ein Video dazu Also trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen Gibt dem Video einen Daumen nach oben Abonniert mich, wenn ihr weitere VARO-4-News vor mir sehen wollt Also Leute, ich bin raus Und ciao